Damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation, ich bin's Debiu, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet zu diesen ÖPNV News. Der Bus Simulator erscheint für die Konsolen, PDP hat eine neue Simulation angekündigt, das und noch viel mehr jetzt in den News. Und damit geht's direkt los, der Bus Simulator erscheint für die Playstation 4 und die Xbox One, der erste Bus Simulator auf einer Konsole erscheint heute, das Ganze kostet 39,99 Euro und ihr könnt das Ganze jetzt bereits schon spielen, denn das Ganze wurde schon auf den Konsolen freigeschaltet. Wir haben dazu ein Let's Play gemacht und haben uns das Ganze mal angeschaut und waren tatsächlich sehr überrascht gewesen, wie gut das Ganze auf einer Konsole läuft, auch wie das Ganze mit dem Gamepad funktioniert. Ist zwar noch ein bisschen tricky, aber man fummelt sich da so langsam auf sich herein. Auf jeden Fall ist das der Simulator, der wahrscheinlich den Konsolen vielleicht so einen kleinen Sprung auf ein neues Level heben könnt, denn mit dem Train Simulator oder Train Sim World auf der Konsole ist natürlich schon eine mächtige Simulation am Werk, dass da jetzt dann ein Bus Simulator erscheint. Sowas hätte ich mir gerne so vor 10, 15, 20 Jahren eventuell gewünscht. Jetzt ist es da für Playstation 4, schaut doch mal rein. Wir haben dazu, wie gesagt, das Let's Play. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Als nächstes wird ein Livestream abgehalten und zwar morgen bereits am 18. September, dem Mittwoch von 19 bis 20.30 Uhr könnt ihr euch den Pre-Livestream vom Train Simulator 2020 anschauen. Da werden natürlich die neuen Strecken vorgestellt und unter anderem natürlich auch die Regensburg-Nürnberg-Strecke. Also wenn ihr da mal schon mal so einen kleinen Blick erhaschen wollt, dann ist dieser Livestream eure erste Wahl. Und jetzt zu guter Letzt, das ist für mich persönlich das Beste, eine Leitstellensimulation wurde angekündigt für OMSI 2 und diese soll bereits schon dieses Jahr erscheinen. Und zwar, das Ganze erscheint im vierten Quartal 2019 und kommt von PDP Software, die natürlich schon bereits bekannt sind für den Busbetriebssimulator. Und dass die das Zeug dazu haben, das haben sie, wie gesagt, im Busbetriebssimulator schon bereits gezeigt, denn sie haben die Möglichkeit, die Karten zum Beispiel auszulesen und dementsprechend könnte man also das ein oder andere eventuell machen. Du interessierst dich mehr für Management und das Lösen anspruchsvoller Aufgaben? Dann gründe deine eigene Leitstellenfahrt alleine oder gemeinsam mit Freunden und schlüpfe in die Rolle des Leitstellenleiters. Disponiere Touren für echte Fahrer, halte den Fuhrpark im Auge und meistere spannende Herausforderungen in Zusammenarbeit mit deinem Busfahrer. Schaffst du es sowohl deine teilnehmenden Fahrer als auch die Fahrgäste zufriedenzustellen und alle unvorhergesehenen Ereignisse zu bewältigen? Hier wird auf jeden Fall was angeteasert, was mega interessant ist. Das Ganze findet ihr natürlich unter PDP-Software. Wir selbst sind positiv begeistert davon, weil wir ja doch schon mit Leitstellenfahrten ja schon sehr, sehr viel Spaß haben. Und dass es jetzt eine grafische Oberfläche gibt, finden wir persönlich mega, mega nice. Halten wir euch dementsprechend auf den Laufenden. Sobald das da ist, seht ihr das natürlich hier auf dem Kanal. Und das war es halt schon mit diesen kleinen News. Ich weiß, es ist nicht viel, aber das musste mal gesagt werden hier. Wie gesagt auch, dass der Train Simulator jetzt einen Livestream abhält. Es wäre jetzt am Wochenende doch deutlich zu spät gewesen, diese Ankündigung. Von daher bedanke ich mich natürlich. Wenn euch die News gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt es in die Kommentare. Was hattet ihr denn von den Leitstellen Simulator für OMSI? Oder Train Simulator 2020, die neue Strecke. Bin ich auch mega gespannt. Und damit verabschiede ich mich. Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.